Das wird immer schlimmer, ich kann, ich muss aufhören damit. Nee. Nein. Nee. Fick mal ein Bild von dem Vieh. Nein. Na Melvin, kommst du jetzt drauf oder kommst du drauf? Ja, ich bin grad dabei. Na gut, ich hab Aufnahmen an. Was? Ja, seit 30 Sekunden. Äh, ja gut. Ach Sarah, dich stört das doch nicht, das weiß ich. Doch. Nein, dann musst du dich muten. Nein, mich stört's wirklich nicht. Sonst hätten wir jetzt einen Channel wechseln müssen und da kommst du nicht rein. Das stimmt. Ich weiß. Ja. 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 ich weiß ich hasse das wenn ihr abends aufnehmen geht und ich dann ganz alleine bin ja du musst halt nur mal was sagen könnten dich mit in den channel nehmen aber bei manchen projekten darfst du halt nichts sagen ich weiß was ist das was ist und wenn falls du später online kommst so wir müssen das mit dem solar pendel machen tyrox muss noch was herstellen drei nasser sterne ich habe alle anderen was denn noch als kresszweig stargate und solar pendel habe ich jetzt schon soweit gemacht aber die letzten drei nasser stars muss tyrox machen und ja stargate ich schmelze gerade die ersten sachen durch dass wir die dann pressen können und dann können wir loslegen ich muss mal gucken wie man das presst ach ja kohle kann man jetzt auch wieder verbrauchen wir haben ja jetzt genau 32 was ich hole die kohle raus und sammle die nicht ein ernsthaft das automatische system hier ist fast schon warum sind die überall zombies was ist das was ist die sara das ist sara nein so sieht sara nicht aus doch nein wenn du weißt gar nicht wie diese minecraft aussieht das stimmt sie ist aber ich glaube nicht männlich das ist eine frau na wenn sie schon im discord mit uns redet dann müssen wir hier auch so ein sara verschnitt machen super super auf jeden fall ach wir brauchen kohle machst du mal kohle blöcke so viele wie es geht ja wenn ich wenn wenn wo gibt es denn kohle erstmal hier bei mir 64 stück und dann dort oben in der kiste ja ganz viele ja wir brauchen acht stück für ein aquada und wir brauchen milliarden aquada zur not müssen wir hier den dings durch die scheiße 1 drücke bei endlich die aufnahme damit ist aber nicht weinen meiner sondern wie ist das mit der info oben controls wie ist der mod weiter genau nummern pad reden wir mal da drauf ja jetzt sehe ich das sonst muss man das mondgestein noch mal durchbrennen oder durchsieben lassen boah ernsthaft kannst du das nicht als stack rauswerfen stimmt oh duz ich bin eben verpeilt so wir haben zwei in der quader wir brauchen 64 stück für die quest wie soll man an so viel kohle kommen und du kannst das nur so herstellen musik des äh tyrox wir brauchen 64 aquada und acht kohle blöcke für ein aquada also das sind noch nicht längst alle kohle dann mach alles kannst alles verballern wir brauchen für den aquada kohle blöcke zum herstellen wir brauchen für den aquada kohle blöcke zum herstellen erstmal fräsen ich hab 200 quasi melvin vor dir liegt noch kohle ja ich kann mich nur nicht bewegen aber tyrox aber tyrox du kannst dich ja um das solar pendel kümmern wir brauchen noch drei nasser sterne wir brauchen noch drei nasser sterne fünf stück hab ich schon gemacht die sind unten in der kiste wenn du runter gehst ja da ist eine doppelkiste da ist das solar pendel drin und die nasser sterne da hab ich schon mal wieder was gemacht ja warte mal wo war unten im keller in der kiste ach so leckst du denn bei mir so keine ahnung sind vielleicht die maschinen ja ich helfe dir melvin mal hier mit der cola ach so lehnen stolz du leckst wirklich ganz schön gerade ich? aber gut kommt vor ich hab 76 kohle blöcke 80 kohle blöcke hab ich weg jetzt denk ich immer noch na du tust immer direkt nach dem satzende äh abstimmen oh ne nicht das schon wieder und jetzt war nach wie weg äh da ist ne kohle so ich hab jetzt 64 38 kohle blöcke yeah ich hab schon mal 12 nach kohle gott ich wie viel brauchen wir nochmal aquada 64 so geht es jetzt bestherr ja ja gut yay 24 nach kohle ich hoffe dass ich weiß halt auch nicht ob aus dem venus gelumpen überhaupt was rauskommt das ist thorium lithium silver iridium schon wieder thorium hä hä so was läuft denn hier falsch man ich höre mich schon wieder so kacke an vor 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 was ist das so mein liebes ike gleich an ich bin anwesend so 40 kohle jay ok blöcke block weg das reicht aber hinten und vorne nicht ich weiß was ist das äh koperinium 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 äh pegnium das ist halt alles aus dem venus gedöns was ich hier rausgeholt habe achso ich das ist boron das ist lead das ist thorium iridium silver lithium keine ahnung weil wir kriegen auch keine cola aus dem venus gedöns das ist shit kann man warte mal man kann doch kohle herstellen wenn mich nicht alles täuscht ja mit ähm ähm mit c acht karbon geben eine kohle melden ja du darfst dich mit meinem schirm auseinandersetzen hier acht karbon acht karbon geben eine kohle nehmen alles mit oh das geht schneller soja guck hast du mich grad ernsthaft gehauen nein das war aus Versehen okay natürlich äh du hast den bandschirm achso hier unten ja ja drei drei vier vier fünf sechs sieben acht hat ich hab anderthalb sechs kohle kann man das ja einfach raus machen ach naja du 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 voll das ist hier gut können wir das nämlich direkt von unten absaugen carbon carbon musik des k tyrox kannst du dich mal ganz kurz darauf stellen wo das carbon drin ist achso äh 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 ich kann jetzt wieder kohle blöcke machen ja ja ups danke ok jetzt ist es nach oben rausgegangen weißt du was melden wir können das ding eigentlich schon mit hoch nehmen da müssen wir jedes mal hier runter rennen stimmt das verbraucht ja keinen strom ne doch echt doch dann aber das ist ja nicht so schlimm wir haben doch hier ich verstehe das jetzt gar nicht sara du musst mal weg gehen hier so so sah sara nie aus so sara ist jetzt Türsteher geht geht es denn äh keine ahnung ich fülle immer wieder nach mach das ich mach gerade mal ein paar blöcke so 40 stück äh wo ist das aqua ach nee das muss ich jetzt doch warte mal steht doch drin wo ist das aqua da hingerutscht öhh und ja ich muss immer ähm farbon dadrücken ist es schmerzbarbon 34 also fehlt nicht mehr viel Okay, Carbon ist alle. Wie geht das? Dann gebe ich dir die Kohle. Das reicht aber immer noch nicht. Das ist ein Scherz, dass das immer noch nicht reicht. Wir haben halt wirklich schon 38 Stück. Hab ihr das gegeben? Achso. Ich glaube, das reicht selbst das nicht. Nein. Oh, hier liegen noch mehr rum. Wir müssen alles zusammenkratzen, was wir haben. Hier hinten liegt noch was. Aber das reicht einfach nicht. Ja, nix jung. Das reicht wirklich nicht. Nee. Ich kann nicht mal eins herstellen, weil mir noch ein Kohleblock fehlt. Das ist ein Scherz. Der ist wahrscheinlich gekommen. Ui. Wir haben 42 Naquara. Yippie. Was kann man hier klein machen, um an C zu kommen? Also... Lied. 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 Ich... Äh, was? Nee, was kann man klein machen, um an Carbon zu kommen? An Carbon? Hm? Äh, Holz? Einen Holz. Einen Holz. Äh, nee. Ach nee, haben wir noch... Na, Melvin. Da. In der Ecke. Warte, wir können auch... Du kannst auch einfach nachgehen. Ach, ich lass das in Melvin machen. Kann man denen hier irgendwie einen Namen geben? Schade. Äh, Stahlbaron. Wir haben doch so viel Eisen hier. Wir haben halt wirklich... Echt, das Eisen, das ist ja abnormal. Ich mach der Sarah jetzt mal was hier. Also... Also eigentlich aus Cellulose. Cellulose kommst du aus allen Pflanzen. Okay. Ich brauche Lied. Ich brauche Lied. Äh, hä. Mann. Lied. Lied. Das heißt, wir brauchen Cellulose. Ja. Gut. Ist noch ein Carbon. Uich. Fischer Stickstoff. Stickstoff. Schau mal, ich krieg die Cellulose jetzt rein. Ja. Die brauchen wir davon. Wo ist das denn der Name? So. Ich will den Namen sehen. Mensch, Alk. das ist mini sara ja ich hab es ja seht ihr den namen irgendwo ja so ich hab den namen sara gegeben aber irgendwie ja könig damit dadurch es ist gönn ich da bitte durch bitte gut ich hab eh alles in mir ähm selects gehen und jetzt muss ich das wieder alles mit strom wie kann man denn jetzt carbon herstellen mit zoolose ja irgendwie sowas hat er gesagt ich will gar kein kalzium herstellen irgendwie sowas hat er schon gesagt ich will kein kalzium herstellen warum haben wir die blöcke hier kommen die dran das zoolose einfach da rein das eisen kann ja hierher zurück okay okay weg oder warum haben wir keinen strom doch wir müssten strom haben muss nicht sein wenn die baumfarm draußen nicht arbeitet dann haben wir keinen dann Untertitelung des ZDF, 2020